Gute und herzlich willkommen hier zu dem kurzen Kanal Trader und ich wollte euch heute ganz kurz erklären warum ich mit YouTube angefangen habe was dich so alles auf meinem Kanal erwartet worum es überhaupt geht und was für Games ich mit euch zocke bzw wo ich euch auf jeden Fall immer ein paar Tipps und Tricks zeigen werde ich denke mal die meisten kennen mich hier über CoC Clash of Clans einem Handy Game und da werde ich euch da werde ich für euch sehr oft hier die das deutsche Team zeigen die deutsche Nationalmannschaft in irgendwelchen Events beziehungsweise alles was sich um CoC als Event dreht werdet ihr eigentlich fast immer auf meinem Kanal finden nebenbei spiele ich natürlich auch sehr gerne CoC habe vor allem in Nachtdorf ein bisschen hoch gepusht war zwischenzeitlich mit meinem Rekord auf 5571 also doch schon relativ hoch und waren damit auch in Top 100 Deutschland aber auch natürlich mit meinem Clan bin ich sehr aktiv sehr Community freundlich im letzten Clan Krieg haben wir es hier sogar geschafft einen 100% CW hinzubekommen und das mit unseren Rathaus 12ern A1 und 10ern die hier im Clan sind also falls ihr auch auf Community Clans Clan Kriege Bock habt dann seid ihr hier auch auf jeden Fall richtig und dann sind wir jetzt hier auch schon beim zweiten Game und zwar Brawl Stars das neue Supercell Spiel was ich auch sehr gerne spiele nicht nur on stream und nicht nur als Livestream sondern auch vor allem offline und auch sehr gerne mit meiner Community also falls ihr mit mir mal zocken wollt dann besucht doch auf jeden Fall mein Discord der unten in der Beschreibung verlinkt ist dann werden wir hier auch auf jeden Fall immer mal ein bisschen Brawl Stars zocken hat ja jetzt gerade erst angefangen ist jetzt ungefähr so seit drei Wochen raus also da können wir uns auch auf jeden Fall noch auf einiges gefasst machen bin momentan ein bisschen am suchten ich kann euch hier auch mal die Rangliste zeigen bin aktuell in Deutschland mit meinem Brawler mit dem lieben Bale auch knapp Top 500 gestern Abend war ich noch Top 500 damit und das als Level oder als Power Fünfer also da auch auf jeden Fall gut am sucht also falls ihr nicht Tipps und Tricks Videos verpassen wollt wie ihr euch in Brawl Stars aber auch in CoC verbessern wollt irgendwelche Events seht ich hoffe dann auch dass ich natürlich auch bei Brawl Stars die Events für euch kommentieren darf die euch zeigen darf wie die Profis spielen und dann würde ich mich doch gerne über ein Abo freuen ich werde 2019 so richtig durchstarten ich werde versuchen jeden Tag ein Livestream zu machen bzw wenn ich mal in die Uni muss oder wenn ich mal arbeiten muss und deshalb kein Livestream machen werde wird es für euch ein Video geben die Videos sind eigentlich immer relativ leicht erklärt ich werde euch zu einem bestimmten Thema was ihr mir meistens in den Kommentaren vorschlägt euch erklären wie ihr besser werdet wie ihr euch stetig verbessern könnt und dann auch eure Freunde zum Sieg Carrying könnt also falls euch mein YouTube Kanal Konzept gefällt dann lasst doch auf jeden Fall gerne ein Abo da ich hoffe oder denke wir werden auf jeden Fall eine schöne Zeit haben wir sind eine richtig coole erwachsene Community also falls Du auf jeden Fall ein Teil der Noob Army werden möchte würde ich mich auf jeden Fall freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Video oder beim nächsten Livestream macht es gut Haut rein und Tschö mit Ö Untertitelung des ZDF, 2020